Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ja, in diesem Part werden wir mit der Bildsage anfangen, aber als allererstes sollten wir vielleicht mal Skills wechseln, weil das will ich euch auch nicht vorenthalten. Ich will nämlich mal den Special Move ändern. Ihr habt den im letzten Part gesehen, der ist ja ganz cool und so, aber nein danke. So, hier, dann soll ich es mal halt. Ah nein, das ist Ausweichfähigkeit, hoppala. So, hier haben wir auch die Super Genki-Dame, mit der wir Buh im letzten Part ausgelöscht haben. Ich will lieber Angriff. Ähm, Höllenspirale könnten wir mal nehmen. Streukamermeha. Okay. Ja, wahrscheinlich schießt der nach oben und dann bababababa in die Fisse. Okay. Gut, ähm, was nehmen wir denn? Supernova, Alter. Frizzata mit dem ganzen Planet zerstört, super Sturmschlag. So, schockierender Todesball, Doppel Destruction Disc, Perfect Kamamiha, Teleportation Ball, Super Kamikaze Attack, habe ich auch als normaler. Ähm, Special Angriff auf Doom mäßig. So, machen wir mal hier, äh, haben wir eigentlich nichts anderes. Körpertausch können wir machen. Körpertausch können wir machen. Geh, mit Bildskörpertausch. Nein, äh. Symphonische Zerstörung. Äh. Äh, äh, okay. Okay, äh, nehmen wir einfach mal, ach Gott, wenn man zu viel hat, äh, ich habe keine Ahnung. Riesen Meteor. Machen wir mal einen auf Broly. Sind auch nicht schlecht hier die Moves. Machen wir mal drinnen. So, gut. Dann lasst uns jetzt mal anfangen, Leute. Das war übrigens gerade das Zeitnest. Und ja, Bildsaga, start. Gott der Zerstörung, Bild. Das ist verrückt. Ich sehe noch keine Veränderungen in der Skrull. Aber dann, vielleicht hat Dimmagra gebeten. Geh, schuldig. Ich glaube, du hast mich von der Supreme Kai-Tai gehört. Geh, schuldig. Ich habe seit 75 Millionen Jahren für das. Sind Sie verrückt? Ich werde niemals aufgeben. Ich werde niemanden stark genug sein, um uns zu beherren. Sie denken wirklich so? Hahaha. Hahaha. Ah! Nein! Das ist schrecklich! Du bist in das Zeitpunkt? War das eine gefährliche Zeit oder was? Ah. Ignoranz ist wirklich glücklich, nicht wahr? Hahaha. Es ist der Zeitpunkt, wenn Beerus, der verdammte Gott der Zerstörung, auf die Erde ging! Der Gott der Zerstörung, Beerus? Ist er so stark? Er ist ein Gott der Zerstörung. Lord Beerus! Hahaha. Ah, ja. Ja, Frau. Anyway, ist dieser Lord Beerus wirklich stark oder was? Hahaha. Just go and stop him! Quickly, you have to hurry! Get more Beerus! He'll destroy everything! All of history! All right! So then, let's do this! Yo! Dann, ah! Wir haben übrigens grüne Augen. Weil wir cool sind. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt Lord Beerus am Hals, sag ich jetzt mal. Wegen der Maegra. Ja, 778. Wir gehen, Goten! Hey, wait for me, Trunks! Hahaha! Hahaha! Where is the darn Super Saiyan gone? Meton. Beerus, your prediction was predictably wrong. And I was so looking forward to it. Too bad. But, of course, it is no surprise. What does that mean? My idiotic song and dance seems to have helped calm down Beerus' temper. All we have to do now is simply wait for him to leave. Oh, Lord Beerus, have you had this dessert they call pudding? Pudding, you say? You there. Give me one pudding, Count. No! Oh, pudding for a boot! Give it! No! Give it! No! Give it, you fool! Give him the pudding! That was too close. Here, Lord Beerus. Ah, thank you. Now, baby. Ugh. And fuck. Headshot! So, who can play the ball so well, I'd say he's good. I'm sorry. Goten, why didn't you catch it, dude? Yeah? Because you threw it too hard, Trunks! By the way, how'd you do that crazy curveball? CANC Herr bloß Das war's okay er kriegt hier schon die zockung Das war der Pudding Okay das war's Game over Nein, okay. Blot der Zerstörung builds. Fuck. Ja, so stark ist der ja gar nicht. Vor der Entstehung kommt die Zerstörung. Geil! Er bleibt von der Stühle von Messias. Okay, was ist das jetzt? Und BAM! Ach du, meine Fresse! BAM! Ja, Alter, ist der Angriff stark! BAM! Alter! Los! So, jetzt, ihr Riesen-Meteor! BAM! BAM! Ai, ai, ai! Wow! Fuck! Ah! Aua! BAM! 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 So! So! So, okay, komm hier! Take this! Okay, wir haben ihn getroffen! Oha! Im Film war das so geil! Oha! Haha! BAM! BAM! Ah, jetzt ist er. So! BAM! Bro! So! BAM! 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 Jetzt ist er. Na toll. Jetzt wird der Super Saiyan God gemacht. Jetzt gestatten Super Saiyan God Goku. So. Und dann mal los. Okay. So. Okay. So. Mach endlich an. So. Oha. So. Hier bitte. Da. Bam. Und hier schenke ich dir auch noch. Riesen. Bam. Finisher. Geschafft. Haben wir gute Geschicht. Muss ich schon sagen. Da macht der nämlich nichts mehr. Demigras, Plan und Builds. Oh. Was jetzt? Demigras, Plan und Builds. Oh oh. Was wird es jetzt? Jetzt. Oh. Oh. You should be careful. Demigraut might happen something crazy. Bam. 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 Okay. Goku macht du mal ne. Du machst du mir nichts schauen. Oh hat er gerade das überdringen was benutzt. nein 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 er darf sich mein dick zerstören mein schutz oh mein gott wow ausgewichen so und jetzt geht's ab so jetzt gib ihm ich hab einfach seine kia explosion mit in die luft gejagt so und gegeben finisher geschafft haben wir gut hin und transform finisher mit dem grau gegen ähm mit bild gegen dem grau so aber wieso gegen dem grau war fighting as a god you somehow absorbed its power you look quite a genius i'm really impressed i'll tell you you're way too strong for me hier ist ich sehe aus jetzig so zu sehen mit ihr oder gegenhalten mann die hier ist sie ist nah hier ist man Mein Puppet. Jetzt, kannst du seine Macht stoppen? Nein! Stopp! Es ist alles vorbei! Nachdem alles getötet wurde, Demingod Demigrass wird regeln! Buh, wie knapp! He 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 he! Peter Sylvester! Das ist Blasphoros! Amazing, Lothbeerus! The tables have turned! Demigrass, was er? Ich denke, ich werde nur dich zerstören. Boah, jetzt geht's auch mal, Mann. Mein Pitz gegen Demigrass! Bezüge Demon got Demigrass! Bam! I will kill you! You seem like an evil guy. So I'll enjoy destroying you. I'll be taking this person to Earth first. Lord Beerus, please be careful not to destroy them. Lord Beerus, bitte keine unnötige Zerstörung. I don't know about that. Keine Verspettung! So! Okay, Riesen Meteor. Demigrass wird keine Chance geben! Bam! Alter, hat das viel gezogen. Zieh ihm fast die ganze Leiste, ist klar. Bam! 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 So, und jetzt noch mal ein Riesen Meteor. So, und jetzt noch mal ein Riesen Meteor. So, hier bitte. Und hier noch einmal für dich in die Frisse. Und hier noch einmal für dich in die Frisse. Und noch einmal. So. Hat ausgereicht. So, jetzt war ich die Superdrachenfaust. Die Superhyperdrachenfaust. Okay, läuft! Finisher! Gesaut! Gut! Das ist der Weg. Ja, nicht schlecht. Dann hätten wir das jetzt. Oh, wieder. Billz hat also mit uns jetzt gegen Demigra gekämpft. Interessant. So. Oh, willkommen zurück! Hey, w-w-w-w-w-who is-who is-who is that with you? This whole situation with Demigra has been weird. But this-this is nuts! Hm, what the fuck? This is the time base, it's been a while since I last came here. Oh, they are the time patrира, the Supreme Kai of time, Heyr. Woher wissen die das? Dann zerstöre ich ihn, sobald er rauskommt. Ist ja kein Problem oder so, nein. Oh, läuft. Ich weiß, ich weiß, dass ich nicht aus der Strecke bin. Hey, Blasmusikap Nobilius. Oh, mein Gott. Oh. Außerdem, kannst du sogar Demigra gewinnen? Wir werden definitiv gewinnen. Bitte. Gib uns eine Chance. Die Leben von allen, die ich übernehme, sind auf der Linie. Okay. Lord Beerus. Beide auf alle Dinge. Versuche ihn zu testen. Ein Test? Das könnte gut sein. Mal sehen, wie gut du gegen Weiss und mich machst. Danke sehr. Lord Beerus. Du meinst, ich muss auch kämpfen? Ja. Du musst auch kämpfen, Wiz. Du sagst das. Ja, war Wiz-Vorschlag, also muss Wiz das geimpfen. Gut. Hey, hey, hey! Stopp! Du kannst das hier nicht tun! Geh! Geh! Oh nein! Geh! Geh! Oh nein! Geh! 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 Ja, ich bin doch bereit. Ich bin jederzeit bereit. Komm doch! Eins gegen eins her! Aber wei, das ist ein eins gegen zwei, das ist unfair. Ein Test mit Bills und Wiz! Und da Wiss und Bills, oder Wiss und Bills. Oh, oh, nein. Okay. Led, würde ich sagen. Steht ja nicht da unten rechts. Ja, seid ihr bereit? Ja, seid ihr bereit? Oh, ihr seid? Ready, dann? Ja! Ja! Let's do it! Gut, ich hoffe, ich muss nicht mit Trunks kämpfen, wenn ja, heulich. Mit Trunks ist so scheiße schlecht. Ein Test mit Bills und Bills. Oder Bills und Wiss, oder Wissn. Nein. So. Okay. Alter. Bam! 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 Oh, fuck. Au, 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 au. Bam! Mach endlich ernst! Was, wo ging der denn hin? Bam! Okay. Okay. Ich würde sagen, läuft bei denen. Ah, Bam! Schnell! Oh! Noch ist die Superform da. Ach, du meine Fresse, Trunks verwandle ich mal einen Super Saiyajin. Du verkackst uns noch. Dann endet er wie Krillin. Nein! Ah! Ah! Okay. Alter. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ho, ho, ho! Oh, ho, ho! Oh, ho! Oh, ho! Oh, mein Gott. Ich hätte fast so Schiss, ne? Okay. Oh, mein Gott. Warum dauern die Kämpfe so lang? Mit dem Angriff trifft man aber auch nicht 100 pro. So, und jetzt aber. Bitteschön. Gott, der Zerstörung Bills. Die! Bäm. Ich habe ihn einfach nur gar nicht getroffen. So, hier. Das kann ich auch. Hier. Boah! Alter. So, und jetzt hier. Ich bin ein Super Saiyajin, Gott Super Saiyajin. Bäm. Ich glaube, wir sollten am besten normal kämpfen. Ich bin ein Super Saiyajin, Gott Super Saiyajin. Ich habe nie mein MIND über irgendwas verändert. So. Und was, Kraytel, ist das Punkt der Testen da? Nein! Aaaah! Pfuh! Das tut weh. Au. Wiss hat noch so viel Leben, ja. Na ja, Hauptsache Trunks geht nicht drauf. Alter, was war das denn? So, jetzt reicht's dir. Bam! So, bitteschön. Bam! Bam! Oh, fuck. Okay, hier. Da hast du. Und bam. Triff ihn. Bam! Jawoll. Und jetzt hin da. Bam! Triff mich eh nicht. Bam! Und jetzt bam! 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 Nein! Lass die Kack! Nein! Aaaah! Dammit! Aaaaah! 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 Wiss! Lass den Kack! So! Jetzt nur noch Wiss! Boah! Okay. M-Kapsel. Super Saiyan 2! Was willst du denn jetzt? Du bist alleine und wir sind zu zweit. Bam! Bam! Aaaaah! 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 Hä? Da! Da! Und jetzt hier. Noch ein Riesen-Meteor hinterher. Bam! Ich versteh den Move eigentlich, wovon es abhängt, dass er trifft oder so. Ich hab keine Ahnung. Bam! Bam! Hier bitte! Take this! Was? Bam! Bam! Und jetzt noch ein Riesen-Meteor. Da hast du! Bam! Erwischt! Boah! Bild sind echt stark. Muss man mal so sagen. Sir! You're hiding Smith! So! Löff doch! Hey! You're both not bad. Na ja, Trunks schon, aber ich bin jetzt Pro. So! On our test? I'm going home to have a nap, before I go out to destroy Demi-Grad. If someone just so happens to defeat Demi-Grad in the meanwhile, then so be it. Okay. Okay. Oh! Oh! Thank you very much! Okay, läuft! Let's go home! Please! 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 Will not wake for years once he falls asleep. Assume that you will not be receiving any further help from us. Okay. Good luck! And goodbye! We're trying close to the final time of Demi-Grad. We can't lose against him. Got it? So. The fate of the world rests entirely in your hands. Ja. Yes! Good. Dann würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Part. Wenn's euch gefallen hat, gebt Daumen hoch, wenn nicht. Gebt Daumen runter. Aber ihr könnt auch abonnieren, damit ihr den nächsten Part nicht verpasst wusst. Der Demi-Grad-Saga. Hallo! Weiter geht. Chaos purer Rivalenkampf. Demi-Grad und Belagerung Toki Tokis. Und unbekannter historischer Kampf. Was ist damit auf sicher? Das und vieles mehr im nächsten Part. Bis dann und ciao! Chau! ... ...